So viele Zombies! Viel zu viele! Jawoll! Scheiße! Ja! Meine Axt ist cool! Na! Stirb! Wow! Ey, das ist voll geil, die Axt! Gib mir mehr davon! Boah, was für ein Gesplatter hier! Verrecke! Ja, kann ich alle plündern! Wow, was für ein Massaker! Man beachte den Arm, der hier rumliegt! Ah, hier schön! Wer kommt denn jetzt hier? Gibt ja noch mehr von denen? Glaube nicht! Komm, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Komm auch mal! Oh, ich könnte einen Snack gebrauchen! Oh, yeah! Man muss hier echt wachsam sein, hier ist echt einiges unterwegs! Oh, fuck! Oh, fuck! Erstmal gestorben! Moment! Moment, wo ist meine Axt? Meine Axt? Ich will meine Axt haben! Die Axt ist toll! Axt ist the best one! Wo bin ich denn jetzt hier da? Waaah! 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 Alter, was wird der denn? Waaah! Was gibt denn hier Heftiges? Ey, hallo. Wer kloppt an? Oh, voll geil. Die Achse ist toll. Leute, ich hab ne neue Lieblingswaffe. Wollt die gleich erstmal upgraden. Ich mach euch alle eher Nullen. Ihr Luschen. Oh, scheiße. Milch. Heilung. Jetzt aber ganz schnell fixen. Oh yeah. Ach. Das bleibt endlich liegen und verrecke. Da kann er denn? Er kann einfach nur hässlich sein. Meine Achse ist gleich im Einär. Okay, ich sollte dann mal weiterziehen. So, dann bringen wir es mal an. Ich hoffe, es kommt so schnell nichts angerannt. Ja, mir fällt auf, ich hab ja noch Raserei. Raserei ist gut. Yeah, mittleres Medikid hat das gut. Vereinzelte Zombies sind toll. In Gruppen ist das schon etwas schwieriger. Mist. Daneben. Wow. Kommt her. Oh, fuck. Moment. Äh, mein Superbasie. Nehmen wir den mal. Verrecke. Das ist schon echt, 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 extrem schwierige Aufgaben hier, die hier laufen. Von daher. Und ich muss ja ehrlich dazu sagen, ich kann mich bei dem Spiel noch viel weniger aufs Quatschen konzentrieren. Weil hier viel spannender ist zu spielen. Hatte ich ja bei Minecraft schon gesagt. Wie gesagt, also nimmst du nicht übel, wenn ich euch nicht zuteckte mit irgendeinem Quatsch? Aber hier muss ich mich dann doch schon ein bisschen stärker konzentrieren. Was? Ne, alter, wolltest du mich angreifen, oder was? Ein Energiejus. Er will da was. Wenn wir mal genau wüsste, woher die hier kommen. Da ist einer. Komm, den machen wir jetzt direkt platt. Ah, nein, 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 nein. Den setzt man da nicht. Good. besser so als anders selbst mir sind du eine kiste also ich finde diese wobei ich ja sage ich finde ihre wolver mittlerweile total scheiße ich will am liebsten hätte ich eine struktur aber ich glaube soll gibt es hier gar nicht bin mir nicht sicher da kommt oder eine ecke hier erscheint ein fan von mir zu autogramm gefällig ich weiß nicht jedes gesicht heilung fixen ich war gleich noch ein gott im himmel ja sicher ich habe den arsch voll und verkauft klopfe hier mit zombies rum ja jawoll sauber scheint er so als wenn ich besser spielen kann ich besoffen bilden ich fühle mich komisch ja ich hoffe jetzt kommt jetzt nicht mal so weit um ecke jawoll sauber wo man hier so geht was denn hier kann man hier shoppen gehen natürlich nicht aber das was die tür auf oder macht ja komische geräusche hier der mann kann ich beklauen toll komm ich nicht dran oder was da gibt es denn hier so toll da könnte ich jetzt gut da ist es wieder ich vergesse zwischendurch wirklich die raserei die könnte ich ja eigentlich auch mal wieder anwenden moment jetzt muss ich erstmal kurz map gucken kann man hier irgendwo scheiße ich wollte keinen wegpunkt setzen na egal kann man hier so machen zum verlassenen haus reingucken geht denn hier noch ein nächstes quest oder was was wie das wollte ich jetzt nicht aber gut ich meine wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind und gucken was hier so geht ich würde vorstellen weil ich mir nur die waffen kaputt und habe keinen erfolg was für eine begrüßung wohlgemerkt muss immer gut abgepasst sein der schlag muss er berechnen man muss ja noch ausholen und so weiter ja 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 jetzt gemacht der mich angespuckt oder rat ach verdammt ich schwöre ich mache mir garantiert oder alles kaputt der mutter hoffi zu brauchen hier aber hier kann man geld sammeln kleiner grafikfehler ja sind hier überall nur zombies drin ma hey hörst du wohl auf dich zu hauen stirb endlich du hast gehen du hast dich zu ups du栽 hin du 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 okay du wie es gibt auch ein snack bett toll es war echt aufwendig gestaltet hier die levels ja wo ich überall rumlaufen kann wahnsinn hier ist das klo ob die tasche haben schwächer und machen die mal eben aus erst kauen so an die rum und jetzt auch mal wieder aufstehen also fällt gerade auf meinen schläger ist im eimer es wäre ganz gut wenn ich jetzt hier eine werkbank hätte wo ich das mal reparieren könnte seife super kann ich mir jetzt auch eine waffe bauen dafür schrott man sich hier einsammeln können wahnsinn das richtige klo na gut hier war erst mal weiter wo ging es denn hier lang